so was geht ab es geht weiter mit say it yuri safir class ein feature und geht plus zwei minuten 33 naja wengel lau mal gucken ob der inhalt mehr kracht wie die minuten geht es von say it aus oder von juri von zelt du warst der krisenkern ist wie viel verkehrt wegen die grüße ich die brüder hinter gitter mit einem briefkuvert ich komme den zielen näher dank meinem krieger herz denn heute ist mir eine kugel mein frieden wert falsche schlangen den sie spalten ihre zungen was ich jetzt ein wenig cool finden vom vom sunny ist der juri ja und vom kolle ist der say it ja und die sind jetzt auch noch mal so als tagteam unterwegs das finde ich auch cool irgendwie macht einen coolen vibe so geführt weil von denen die sprösslinge sag ich mal machen dann zusammen mal was die junge brennt wie salz in einer wunde step in club rein mit ghetto kennex komm mit alis a la yuri und benehmen uns wie schurkneid von devro rackets traue kein wenn sie was besseres wünschen denn sie reichen dir die hand doch am messer im rücken sind gefangen in der dunkelheit grafit schwarz immer noch granit hart wie saphir glas kugeln prallen ab keiner zwingt mich in die knie bin der fluch in deiner stadt bin die geister die du riefst denn ich hol was ich verdient hab und zerstörbar wie saphir glas eure kugeln prallen ab ich war immer wie ein jeep in der fluch in deiner stadt bin die geister die du riefst denn ich hol was ich verdient hab kugelsicher wie saphir glas das klingt hier so menge so stil so sido bushido so die älteren sachen finde ich so böse das klingt also kriegst du wenige oldschool weit es ist juri luciano ich kann keine gefühle zeigen doch du siehst die blüten scheinen wie in frühlingszeiten eyecatcher style bänder stresser gene keine leichen im keller doch dafür blut am einem messer kleben heute setz ich meine krone neben ziffern im blatt und die felgen spiegeln nächtelang die lichter der stadt aufgewachsen mit ner königin wie neufretete alle hürden in meinem leben waren gottes pläne heute ball ich designer hand made italy regen auf dem drop top band play gtc gefangen in der dunkelheit kein tiefschlaf nicht nur auf beats ab bulletproofs a vier glas eure kugeln prallen ab keiner zwingt mich in die knie bin der fluch in deiner stadt bin die geister die du riefst denn ich hol was ich verdient hab also ich denke mal dass das aufgebaut ist wird jetzt kein fett sein aber hat ganz schön aufgebaut jetzt noch mal zu den letzten sachen was er jetzt vor ein paar in deiner stadt bin die geister die du riefst denn ich hol was ich verdient hab kugelsicher vis-a-vier glas das einsame album natürlich auch schon bestellt spannend am sechsten fünften na da kommen dann nächsten morgen ganz viel viel dann der juri ist glaube ich am ersten april dran dann march und ende april dann anfang mai da war noch irgendwas gewesen ich bin gerade nicht sicher aber geht einiges los dieses jahr wieder also von daher und es nicht zu verpassen dass wir gern ein album daher lassen kann leichter abonniere die glocke mit einem abo bestenfalls dass du nicht verpasst und von daher drei mal bis bald wir kommen es täte mich heute öfters abonniere die in meiner wöchsten abonniere die